hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal wir spielen heute was spielen wir überhaupt shadows 2 perfidia und gibt nichts viel dazu zu sagen es ist ein horror game und wir lassen uns mal überraschen was das spiel so mit sich bringt gloria interaktive objekt you can do without any bigger blablabla keys etc aha nee komm ich bleibe bei normal 26 security card 42 wir spielen den da jung und agil muss der mensch sein mein name is joe im 26 and i work as a security guard in an office complex that's one of the best jobs i've ever had they pay you just for sitting around and looking at surveillance footage but most of the time nothing really happens i've never had the opportunity to work here if i hadn't met michael my best buddy he introduced me to all the workers and told the boss about me and that way i got the job unfortunately michael is retiring it's a shame for me but i respect his choices well he has more than enough money that's for sure he organized the party tonight we had some fun drink a few beers and then we went on with our lives about two hours after the party when i was working my night shift okay das spiel ist komplett auf englisch das heißt ich werde wieder meine probleme haben ich muss zugeben ich kenne es noch nicht wir lassen uns überraschen ja gut quali ja könnte besser sein okay da steht eine cola ja okay der schatten ist ganz schön verpixelt ja egal würde ich sagen da geht's raus war das ist immer schön groß muss ich sagen na dann ich weiß nicht was ich hier machen muss aber ein schönes bild ok ich hab da auf jeden fall was gehört ok sprinten kann ich drucken kann ich mich auch war ok ich hab da auf jeden fall was gehört im haus ok i think should go home after the party Batterien. Ah, interessant, interessant, aber wie wechsle ich die Batterien? Ich weiß nicht, was ich hier machen muss. Das ist nicht gut, das ist ein Aufzug. Hier mal wieder Batterien. Okay. 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 Da flackert das Licht. Komm, fahr weiter, Müllauto. Okay. 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 Da ist irgendwas drinnen. Okay. Was zum ... ... zu machen. Ich hör den. Mir fehlt der Schlüssel für die Tür. Wo könnte der sein? Gibt es ja überall Sicherheitskameras. Hier waren wir schon. Seltsam. Seltsam seltsam. Was? Okay. Ich komm da nicht rein. Fahrstuhl fahren kann ich auch nicht. Da kann ich auch nichts machen. Was ist das? Was zum Geier ist das? Was ist das? Okay. Try again. The end of the long shift. I am about to head home when the security cameras shuttly to highway. I am pretty sore I saw something fly across the room. I don't like the look of this at all. Better grab my flashlight before I look. Ach schön. Also was waren das jetzt? War das jetzt M? Ne. N. Ah ok. Ich muss mal ganz kurz gucken wie die Tastenbelegung ist. Das war auf jeden Fall F. Und ich hab da irgendwas zu mir genommen. Was auch immer das war. Aber gibt es hier kein allgemeines Inventar? Ja. Ah doch. Ja. Okay. Ähm. Ja. Secret item found. Und. Hm. Wie es weiter geht auch. Wir haben an der nächsten Folge. Bis dann bleibt gespannt. Genießt den Tag. Und Bye Bye.